Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit Strings in Kotlin etwas genauer noch und detaillierter auseinandersetzen. Wir kennen natürlich schon die Funktionen, hier so das Grundlegende, wir können einen String erstellen, wir können ihn ausgeben lassen, wir kennen sogar noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel, wir können einen String, beziehungsweise die Länge eines Strings ausgeben, das ist auch überhaupt kein Problem, aber wir kennen noch einige andere Dinge nicht, die wir eigentlich ganz gerne machen wollen. Sorry, dass es gerade so leckt, ich habe ein paar Sachen im Hintergrund am Laufen. Ähm, genau. Wir kennen zum Beispiel noch einige Funktionen nicht, die ich euch heute gerne zeigen möchte und da fangen wir einfach direkt an, ohne großes Gelabere drumrum und zwar sagen wir hier einmal CompareTo. CompareTo ist eine super angenehme Funktion, denn damit kann ich quasi zwei Strings miteinander vergleichen. Ähm, das ist relativ ähnlich, eigentlich zu gleichgleich, beziehungsweise größer als, wir schauen jetzt einfach mal, was mit Hello passiert, ja. Ähm, raus kommt nämlich eine Zahl und das sehen wir hier, das ist die Zahl 6. Was ist das genau? Nun ja, wir haben hier gesagt, okay, wir haben hier im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben mehr in diesem S drin, als in dem Hello hier, ja. Das heißt, dieses S hier ist 6 mal größer, also um 6 Buchstaben sozusagen größer als das, was wir hier reingeschrieben haben. Hier können wir natürlich auch eine Variable reinstecken oder ein Value, das ist völlig fein, könnt ihr beides machen. Wenn wir das jetzt andersrum machen, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht Hello drin haben, sondern ASDF, ähm, ja, sagen wir einfach mal ASDF dazu, dann funktioniert das trotzdem, und zwar bekommen wir dann eine 7 raus. Das heißt, dieser String hier, S, ist 7 Buchstaben länger als ASDF, ja. Also das ist im Endeffekt dieses CompareTo für Strings. Wir können auch Equals verwenden, wobei Equals ein bisschen redundant ist. Equals, bekommen wir hier natürlich ein False raus, weil die beiden nicht gleich sind. Das ist eigentlich relativ simpel, wobei wir hier auch sagen könnten, ist S gleich gleich ASDF, ja. Und da bekommen wir natürlich auch ein False bei raus. Diese beiden Implementierungen sind hier quasi dasselbe. So, ähm, jetzt ist das natürlich nur ein Teil. Wir können hier auch noch viel, viel mehr mit dem String S an sich machen. Und zwar gibt es Dinge wie Subsequence. Subsequence, ähm, nimmt uns eine, äh, eine Funktion und schneidet uns quasi den String zurecht. Das ist super hilfreich, wenn ihr mit langen Datensätzen jonglieren müsst. Also zum Beispiel, ihr müsst eine Datei lesen, ja. Und in dieser Datei, da sind ja quasi nur Strings drin. Und diese Strings, die wollen wir auch irgendwie verarbeiten. Sprich, wir wollen quasi sagen, okay, du nimmst die ersten 5 Zeichen, die sind dann der erste Eintrag in der Datenbank. Der zweite 5 Zeichen sind der zweite Eintrag und so weiter und so fort. Und da können wir sagen, hey, wir hätten ganz gerne den ersten bis zum dritten Eintrag. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Hier kommt nämlich L bei raus. Ähm, L wegen erster Eintrag. Also bedenkt bitte, wir fangen mit 0 an zu zählen. Das hier ist 0. Das ist der erste Eintrag. Und dann kommt der zweite Eintrag. Und der dritte Eintrag, weil wir hier drei eingegeben haben, ist nicht mehr inklusive. Das heißt inklusive, exklusive. Ja, also bis vor diesem Ding und ab diesem Ding wird quasi gelesen. Das ist Subsequence. So, ähm, genauso kennen wir eigentlich den String auch als, nun ja, Art und Weise oder quasi als Array. Ja, das heißt, wir können hier sagen, hey, wir hätten ganz gerne das 0. Element und so weiter und so fort. Das sollte eigentlich kein Problem für euch sein. Also wir können hier das 0. Element auslesen. Wir können aber auch das Length, Achtung, nicht das Length der Objekt, also das S Punkt Length der Objekt auslesen, sondern Length minus 1 verwenden auf jeden Fall. Denn, ähm, wenn ihr Length nehmt, dann bekommt ihr quasi das, was nach dem D kommt. Und das gibt euch natürlich einen Fehler. Mit Length minus 1 bekommt ihr das Item, was sozusagen, ähm, das letzte tatsächliche Item ist. Okay, ähm, dann gibt es noch drei weitere angenehme Varianten, wenn ihr irgendwie mal Codierungsprobleme habt. Also wenn irgendwer UTF-8 will oder UTF-16 oder gar UTF-32 und ihr das Ganze irgendwie darstellen müsst, könnte ich einfach sagen, ich hätte ganz gerne das Ganze als UTF-8. Ähm, wobei das aktuell sogar, glaube ich, noch ein, ähm, ein Beta-Feature ist. Sprich, ich kann das euch noch nicht wirklich zeigen. Ihr könnt UTF-16 oder UTF-32 hoffentlich zumindest bald verwenden. Also keine Sorge, das kommt hoffentlich bald. Ähm, genau. Noch ein bisschen mehr mit dem String selber gemacht. Ihr könnt aus dem String eine Liste machen, die immer gleich lang ist. Das heißt, ihr könnt quasi sagen, hey, ich hätte jetzt ganz gerne einen String, der genau immer zwei Zeichen hat. Oder zum Beispiel drei oder sowas. Das ist eigentlich recht angenehm. Zum Beispiel, wo, warum braucht man das? Ähm, nehmen wir einfach mal an, ihr wollt eine richtig große Datei verarbeiten, ja. Und ihr wollt diese Datei, ähm, effizient verarbeiten. Also zum Beispiel, ihr wollt irgendwas auf der Grafikkarte oder sowas machen. Und ihr könnt aber immer nur eine gewisse Anzahl an Zeichen auf diese Grafikkarte packen. Dann könnt ihr Punkt Chunked verwenden. Ähm, Chunked. Genau. So, und da könnt ihr quasi sagen, ich hätte ganz gerne zum Beispiel immer fünf Zeichen. Und wenn ihr das quasi so verwendet, dann habt ihr eben nicht dieses Problem, dass ihr immer diese riesigen Zeichenketten habt. Achtung, hier, warum steht hier nur Wall? Naja, weil das Leerzeichen eben auch noch dazu zählt. Das ist auch ein Zeichen. Das dürft ihr nicht vergessen. Ähm, und natürlich wird dann das letzte Zeichen trotzdem nicht vergessen, sondern es ist quasi das letzte Element in der Liste, das dann eben einzeln ist. Also ein einzelnes Element nochmal. So, ähm, außerdem könnt ihr natürlich Sachen machen, wie ihr könnt euren String capitalisen. Das heißt, ihr könnt sagen, hey, ich hätte ganz gerne einfach nur Großbuchstaben daraus. Äh, beziehungsweise vorne, sorry, natürlich das erste ist Großbuchstaben. Äh, genauso können wir hier, wenn wir hier zum Beispiel H drin haben, dann können wir hier decapitalize, was nicht unbedingt mit Köpfen, äh, nichts mit Köpfen zu tun hat, sondern ihr könnt hier diesen ersten großen Buchstaben einfach als kleinen Buchstaben verwenden, was auch hin und wieder mal interessant sein kann. Ihr könnt droppen, das ist auch sehr, sehr angenehm. Ähm, wobei, lasst uns erstmal bei diesen großen und kleinen Buchstaben bleiben. Lower, äh, Quatsch, to lowercase, to lowercase, verwandelt euren String in Kleinbuchstaben komplett, also wirklich den ganzen String, während decapitalize macht nur den ersten Buchstaben klein, während to uppercase, dürfte klar sein, der macht natürlich dann Großbuchstaben draus, ja. Also das sind quasi die vier Dinge, die wir hier brauchen könnten bei, ähm, Groß- und Kleinschreibung. Warum ist das jetzt irgendwie relevant? Nun ja, ihr werdet häufiger mal Strings vergleichen oder in eine Datenbank speichern oder sowas und dort kann es dann sein, dass es sinnvoll ist, wenn man zunächst einmal Groß- und Kleinschreibung ausradiert, ja, damit man quasi, ähm, trotzdem, wenn, wenn Leute quasi klein und große Buchstaben mixen, dass die dann trotzdem immer als Gleiches behandelt werden, ja, ähm, das ist sinnvoll. Macht das bloß nicht bei Passwörtern, da ist große und Kleinschreibung sehr, sehr wichtig, aber Sachen wie zum Beispiel Username oder auch wieder mal für Machine Learning kann man es brauchen oder irgendwelche Bezeichnungen von Sachen, da kann man immer super gut erstmal alles in kleinen Buchstaben verwandeln und, ähm, oder Großbuchstaben, je nachdem, was euch lieber ist, normalerweise kleine und dann eben das alles so behandeln. Generell denkt bitte immer daran, dass, äh, diese Strings auch als Listen gehandhabt werden, ja, das heißt, oder als Arrays, je nachdem, ist es beides möglich oder beides könnte man sozusagen reinbeziehen. Das heißt, ihr habt hier auch Möglichkeiten wie zum Beispiel Fold, ihr habt Möglichkeiten wie Filter, ihr habt diese ganzen Index oder sowas Möglichkeiten, die ich euch auch schon gezeigt habe, die habt ihr alle als Möglichkeit. Das ist alles dabei, ja, das muss ich euch nicht nochmal zeigen, ich würde euch ja nicht langweilen hier. Also eben auch Map oder MapIndex oder, 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 all diese Dinge, die könnt ihr hier einfach auch drauf, ähm, drauf ausführen. So, was ich noch ganz gerne benutze, ist, ähm, die Replace-Methode. Warum ist die irgendwie hilfreich? Nun, Replace macht einfach folgendes, ihr könnt hier was einfügen. Das hier kann eine reguläre Expression sein, da werden wir uns noch genauer damit auseinandersetzen, was eigentlich ein Regex ist. Ähm, und anschließend könnt ihr hinten dran sagen, was ihr stattdessen drin haben wollt. Was das im Endeffekt bedeutet, ist, alle Leerzeichen werden jetzt hier bitte einfach genommen und durch nichts ersetzt. Und das bedeutet, wir haben hier einen String, der Hello World heißt, aber eben ohne das Leerzeichen. Das kann super, super hilfreich sein, wenn ihr irgendwie von Leerzeichen loskommen wollt. Denn, ja, das, das ist tatsächlich eher mal häufig möglich, ähm, oder häufig nötig sogar. Das heißt, hier einfach mal die Möglichkeit quasi. Ebenso gibt es die Möglichkeit, einen String zu splitten, ja. Ähm, Split funktioniert allerdings ein kleines bisschen anders. Ich mache mal hier kurz einen Split raus. Ähm, machen das hier mal weg und dann zeige ich euch, wie das hier aussieht danach. So, dann nehmen wir einfach quasi jedes Mal das Leerzeichen hier und sagen, okay, das ist das erste Wort, das Leerzeichen, Achtung, fällt komplett raus. Das ist hier nicht mehr drin, ja, das, das ist quasi weg. Und dann haben wir hier World, also ich kann euch das mal kurz zeigen mit dem W. Dann sehen wir es vielleicht ein bisschen deutlicher. Hier ist das Leerzeichen noch drin. Und Hello und das W als Trennzeichen fällt wirklich raus. Warum ist das sinnvoll? Nun, häufiger mal habt ihr irgendwie so, also das ist dann wirklich eine Liste da unten. Und häufiger mal habt ihr das Problem, ihr, ähm, habt zum Beispiel eine neue Zeile und dann steht hier wieder irgendwas. Hello, Hans, neue Zeile. Hello, ohne natürlich ein Leerzeichen. Hello, Peter und so weiter und so fort. Und was man dann häufig braucht ist, man splittet hier an diesem Backslash N, an diesem neue Zeile. Ja, weil ihr quasi eine Datei mit mehreren Zeilen lest zum Beispiel. Ihr splittet daran und ihr bekommt jede einzelne Zeile als separaten String in einer Liste. Das heißt, ich kann jetzt durch meine Liste hier durchiterieren und kann sagen, ah, okay, ich behandle die erste Zeile, ich behandle die zweite Zeile und so weiter und so fort. Und das ist super, super nützlich. Teilweise macht es auch sehr viel Sinn, wenn ihr zum Beispiel Komma-Separated-Value-Dateien habt, also CSV-Dateien. Das ist ein sehr gängiges Format und damit werden ganz gerne Excel-Tabellen abgekürzt oder übergeben an andere, also nicht mit XLS, sondern wenn ihr da irgendwie im Code damit arbeitet, sind das normalerweise CSV-Dateien, sprich eine neue Zeile in Excel bedeutet neue, also bedeutet hier auch tatsächlich neue Zeile mit Backslash N und ein neuer Wert innerhalb einer Zeile wird mit einem Komma abgetrennt. Das heißt, eure Werte sind quasi in der A-Spalte, steht zum Beispiel Hans drin, dann kommt ein Komma, Peter, Komma und so weiter und so fort. Und die könnt ihr dann super mit einem Komma quasi voneinander trennen. Also wenn ihr Dateien verarbeitet, sind diese Dinge hier super, super, super wichtig. Was auch häufiger mal vorkommt, ist, dass ihr zum Beispiel hier mehrere Leerzeichen vorne dran habt und vielleicht hinten dran auch noch welche. Dann ist die Trim-Methode super, super nützlich, denn dann könnte ich hier einfach sagen, hey, ich möchte ganz gerne einfach an meinen Leerzeichen, also alle Leerzeichen, die vorne dran und hinten dran stehen, möchte ich quasi entfernen. Wobei ihr hier nicht mal irgendwas reinschreiben müsst. Also dieses White Space wird quasi implizit angenommen. Ihr könnt hier einfach S.Trim aufrufen und schon habt ihr quasi die Aussage, hey, mach mal alles, was White Space, also Leerzeichen am Anfang und am Ende ist, also ich kann hier auch nicht weitergehen, ihr seht hier, da gibt es nichts zu markieren, nur diese neue Zeile, die einfach wegen Printline kommt. Alles, was White Space am Anfang und am Ende ist, das mach mal weg, bitte. Also zum Vergleich, wenn ich so meinen String ausgebe, nur damit wir es auch sehen können, dann sehen wir hier, das hat einen Haufen Leerzeichen vorne dran und das hier hat einen Haufen Leerzeichen hinten dran, während wenn ich das trimme, dann sieht das natürlich ein wenig anders aus. Hier haben wir das dann, genau. Super angenehm das Ganze, also es hilft euch vermutlich, wenn ihr wieder mal Textverarbeitung habt und ja, ihr könnt das zum Beispiel auch nur am Ende machen oder ja, am Ende und am Anfang, das heißt, ihr könnt ja auch sagen Trim End, das funktioniert auch, dann könnt ihr am Anfang die Strings drin lassen und am Ende werden sie halt abgezogen, also ihr seht hier, da ist quasi nichts mehr dran, aber da ist immer noch alles vorhanden. Alternativ gibt es natürlich auch Trim Start dazu, äh Start, so. Und ihr bekommt das am Ende immer noch dran, aber eben am Anfang nicht mehr. Je nachdem, was ihr für eine Anwendung habt, kann das auch mal sinnvoll sein. Gut, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ein paar Funktionen, die in String recht nützlich sind, die ihr wahrscheinlich hauptsächlich zum Dateienverarbeiten verwendet werdet, verwenden werdet und ja, deswegen wollen wir uns in den nächsten paar Videos auch mit Dateien ein bisschen beschäftigen. Also bis dann, ciao.